Die Godot Engine 4.4 Development Snapshot 4 kam eben frisch raus und da drin ist ein großes Feature, auf das viele schon lange warten, und zwar der interaktive In-Game-Editor. Doch wie genau funktioniert er, was musst du beachten und was kannst du damit machen? Ich zeig's dir im heutigen Video, denn ich bin natürlich Most Wanted und das ist ein Godot 4.4 Feature in wenigen Minuten erklärt. Daumen nach oben, wenn es dir gefallen sollte, gerne abonnieren für weitere Godot Videos und deine Fragen und Feedback in die Kommentare schreiben. Und jetzt gucken wir rein. Wenn du dein Projekt in der Godot Engine 4.4 Development Snapshot 4 oder später öffnest, wirst du ein neues Feature im Vergleich zur 4.3 am oberen Bildschirmrand feststellen. Und zwar hier der Game-Tab. Der Game-Tab ist ein interaktiver Game-Editor, der es uns erlaubt, Regeln festzulegen für die Laufzeit unseres Projekts und dadurch können wir Notes mit einem Klick auswählen. Der Begriff Laufzeit meint, sobald du hier oben auf Play drückst oder eben F5 nutzt und deine Anwendung läuft, dann sind wir ja hier in der Laufzeit. Das heißt, unser Projekt läuft, wir können hier mit allen Sachen interagieren, Tasten Input geben und Logik ausführen. Dabei wechseln wir im Editor von der lokalen Szene, wo eben die normalen Zustände drin sind, zur Remote-Scene, eben der Szene mit den Nodes und ihren Variablen und Werten in der laufenden Anwendung eben hier unserem Fenster. Und ganz wichtig ist, dieser Game-Editor bezieht sich auch nur darauf. Der arbeitet immer auf der Remote-Scene, nie auf der lokalen Szene. Wie funktioniert er? Ganz simpel. Bisher war es in Godot ja so, dass wenn du einen Node öffnen und bearbeiten wolltest, du hier in den Remote-Tab bist, dann hast du hier unten die Elemente aufgeklappt und zum Beispiel hier Button 4 gesucht. Und dann kannst du im Inspektor hier sagen, ja, wir nehmen mal für Button 4, vielleicht ein anderes Modulate hier unten, machen wir den doch mal spontan hier auf Rot. So, und dann hast du hier unten Button 4 bearbeitet. Weiterhin kannst du hier einfach alles anklicken und auswählen. Jetzt ist es so, mit dem interaktiven Game-Editor musst du das auf diesem langen Weg nicht mehr machen, sondern du hast ein bis maximal zwei Klicks und du bist auf der Node direkt drauf. Hier oben gibt es drei grundlegende Regeln. Standardmäßig ist Input aktiviert, das heißt, jeder beliebige Input von Tasten, Gamepads und Maus wird registriert und ausgeführt. Aber hier oben haben wir zwei Buttons für 2D und für 3D. Das bedeutet jeweils, wenn wir jetzt hier 2D auswählen, dann wird auf allen Node 2D, auf allen Control-Nodes und auf der Kamera 2D wird der Input und eben die Manipulation deaktiviert. Das heißt, wir können keine Logik ausführen. Aber schaut mal genau hier unten hin. Wir haben, wenn wir jetzt Objekte hier auswählen, um sie drumherum einen orangenen Rand. Ob das äußere Control, das Panel, den Button, den Label oder der Sprite hier unten. Wir können mit einem Klick diese Nodes auswählen. Sie werden hier in der Remote-Scene direkt markiert und entsprechend hier im Inspektor der Engine angezeigt zum Bearbeiten. Meinetwegen hier Sprite Modulate hier mal ein bisschen auf grün. So zum Beispiel. Und hier unten das Label hätte ich gerne mehr auf einem Blauton. Gehen wir mal hier auf Modulate und sagen hier, dass da bitte auf Blau. So. In einem Klick zur richtigen Node kommen. Das geht auch in 3D. Wenn wir hier oben 3D auswählen, ist der Input bei den 2D-Elementen wieder erlaubt, aber in 3D wiederum geblockt. Jetzt können wir hier die Box anklicken oder diese oder hier unten die oder auch den Boden und wir wählen die Objekte direkt aus. Es gibt natürlich die Situationen, wo auch Objekte voneinander verdeckt sind. Zum Beispiel. Nehmen wir mal hier oben diesen Listen-Modus. Das heißt, wenn wir irgendwo hinklicken, kriegen wir eine Liste der möglichen Zielen. Und um das mal kurz technisch zu erklären. Was macht das Ganze? Stellt euch mal vor, wir sind in der Kameraperspektive und wir wollen einen Raycast machen. Und zwar genau hier hin. Was würde passieren? Der erste Treffer des Raycasts wäre ja wohl diese Box hier, weil wir treffen hier diese Fläche. Wenn wir den weiterlaufen lassen, treffen wir die Oberseite von dem unteren Würfel. Und wenn wir den noch weiterlaufen lassen, kommen wir hinten auf die Rückwand vom Würfel und danach auf den Boden. Und so ist es hier auch gemacht. Wir machen jetzt einen Raycast hier hin und wir sehen, wir haben drei Objekte zur Auswahl. Die zweite von den drei Boxen, die untere von den beiden oder den Boden. Alles drei wären valide Ziele zum Auswählen und so können selbst Nodes, die verdeckt sind, hierbei ausgewählt werden. Das gleiche klappt auch in 2D. In 2D haben wir hier unten ja den Fall, dass der Button vor dem Panel ist und das Panel wiederum vor der Control-Node hier ist. Wenn wir hier den Button 10 anklicken, haben wir Button 10, dahinter Panel und dahinter das Control. Das ist der Aufbau in unserer Szene ebenfalls. Nehmen wir hier mal Button 10, dann nehmen wir mal Panel oder auch mal hier Control. Ihr seht, mit maximal zwei Klicks kommt ihr zu eurer gewünschten Note. Es gibt aber noch ein paar Einstellungen hier oben. Nehmen wir mal die 3D-Welt und mal angenommen, wir toggeln hier oben das Auge auf Aus. Das bedeutet, dass unsichtbare Elemente nicht ausgewählt werden können. Stellen wir uns mal vor, der Boden wäre unsichtbar. Wir haben eben festgestellt, beim Klick hierhin können wir Box 2, Box 1 oder den Boden auswählen. Jetzt, wo der Boden weg ist, haben wir nur noch zwei Elemente zur Auswahl. Genau das gleiche auch im Bereich UI. Deaktivieren wir doch mal hier Button 10. So, wir wissen ja genau, der Button 10 ist hier, aber er ist deaktiviert. Dadurch haben wir nur noch das Panel oder eben das Control-Node. Übrigens, ihr merkt, das Ganze hat auch eine Sache in der Remote-Scene. Jedes Mal, wenn wir diesen Raycast ausführen, um ein Objekt auszuwählen, passiert in der Remote-Scene etwas. Und zwar wird unten dynamisch, hier seht ihr es gerade, ein Pop-Up-Menü angehangen mit einem Scroll-Container eben für mehrere Einträge. Der wird in unseren Szenenbaum injected und wenn wir was auswählen oder wegklicken, haben wir hier unten diese beiden Timer, die ablaufen und dann verschwindet er wieder oder er führt etwas Bestimmtes aus. Ebenfalls bringt dieser neue Debugger und Editor die Möglichkeit, deine Anwendung zu pausieren. Und dann kannst du mit diesem Button hier einen Frame vergehen lassen. Das heißt, wir machen einen Frame und noch einen und noch einen und wir können auch hier oben die Pause unterbrechen, sodass die Sachen wieder regulär jeden Frame weiterlaufen. Derzeit kann man das Anwendungsfenster noch nicht direkt in Degodo-Engine embedden, also eben einbinden. Aber das wird wohl anscheinend später kommen in einem folgenden Pull-Request. Und hier unten ist ja auch das GitHub-Issue von diesem Feature vom Yeltem-Dev verlinkt. Das heißt, hier seht ihr auch, wie es aktuell aussieht, um eben dieses Editor-Runtime-Debugger-Feature, was noch hier unten fehlt, eben Fenster einbinden, wo Limitierungen sind. Und vielleicht wollt ihr ja dort auch mitkommentieren, wenn ihr Erfahrungen habt. Das gesamte Projekt Degodo-Engine ist ja Open Source. Jede Hilfe zählt, jeder kann was tun, wenn es auch nur Code lesen, Fehler finden oder mit Ideen um die Ecke gekommen ist. Ansonsten gibst du gerne diesem Video hier einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat. Abonniere sehr gerne für weitere Videos und schreib mir mal deine Meinung zu diesem Feature hier in die Kommentare. Ansonsten genauso auch gerne Fragen und Feedback zum Video posten. Ich bin sehr gespannt und sage vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. You're truly most wanted. Bye bye. Tschüss.